Hallo bei BILDNER TV, bei Ella, Christian und der Fuji X-H1. Heute geht es um lange Brennweiten, Sport und Action, Natur oder Landschaften. Die X-H1 ist zwar ein tolles Werkzeug, aber bei langen Brennweiten über 100 mm muss man trotzdem ganz schön aufpassen. Stimmt. Hallo, hier ist Ella. Hi, hier ist der Christian. Habe ich das richtig verstanden? Je länger die Brennweite, desto schwieriger wird das Fotografieren? Genau, genau. Warum ist das so? Das grundsätzliche Problem ist Verwackeln, weil je mehr Gewicht man in der Hand hat und bei längeren Brennweiten ist es halt so, dass das Gewicht des Objektivs ansteigt, desto schwieriger wird es, die Kamera ruhig zu halten. Und es ist leider so, je länger die Brennweite, desto mehr wirken sich schon winzige Verwackler, die ich hier mit der Hand produziere, aus. Gucken wir uns mal schnell drei Beispielbilder an, die ich auch ganz schnell mal eben im Studio fotografiert habe. Hier auf dem Notebook das erste Bild. Also es ist jeweils mit 400 mm Brennweite fotografiert. Das heißt also mit der maximalen Brennweite, die mir dieses Zoom-Objektiv hier bietet. Das ist ein Zoom-Objektiv, das wir hier an der Kamera haben. Das hat eine Brennweite zwischen 100 und 400 mm. Ich habe diese Aufnahme mit 400 mm gemacht und hier sieht man den Effekt relativ drastisch. Also jetzt so in der Vollansicht würde man sagen, naja gut, ist ein bisschen matschig, ein bisschen verschwommen. Wenn man das ein bisschen näher heran holt, dann sieht man schon, das ist verwackelt. Also es ist nicht mehr scharf, obwohl es schon relativ gut ist, aber es ist wirklich verwackelt. Es ist nicht das Maximum, das ich rausholen kann. Schauen wir uns mal ein anderes Foto an. Ich muss hier dazu sagen, die Fuji X-H1, mit der wir jetzt hier arbeiten, die hat einen Bildstabilisator. Und auch dieses Objektiv, das hier vorne dran hängt, hat einen Bildstabilisator. Und der bringt eine ganze Menge. Das heißt, man kann statische Objektive auch noch aus der Hand fotografieren, ohne dass sie gleich verwackeln. Dazu hier auf dem Notebook jetzt das zweite Bild. Das zweite ist jetzt mit eingeschaltetem Bildstabilisator gemacht worden. Auch wieder aus der Hand, aber mit Bildstabilisator. Und das sieht schon deutlich schärfer aus. Also da sind diese Verwackelungsunschärfen eigentlich nicht mehr zu sehen. Sieht schon ziemlich gut aus. Und das dritte, das nächste Bild zeigt das gleiche Motiv, das jetzt vom Stativ aufgenommen wurde. Also ich habe die Kamera da auf den Stativ gestellt und da wackelt dann natürlich gar nichts mehr. Und da ist es ein bisschen, also wirklich minimal schärfer als mit dem Bildstabilisator. Das zeigt jetzt schon ganz deutlich, wie leistungsfähig der Bildstabilisator der X-H1 in Zusammenspiel mit einem vernünftigen Objektiv tatsächlich ist. Und wie gut die Fotos auch mit langen Brennweiten aus der Hand werden. Ist der Bildstabilisator das Allheilmittel? Nein, sicher nicht, sicher nicht. Es gibt Situationen, in denen der Bildstabilisator gut funktioniert, aber eigentlich nur bei statischen Motiven oder in speziellen Situationen, wenn ich zum Beispiel ein Autorennen fotografiere oder vorbeifahrende Radlfahrer oder sowas, wenn ich die Kamera, Moment, das können wir hier gleich zeigen, wenn ich die Kamera hier so vor der Nase habe und mitziehe, so nennt man die Technik, wenn ich praktisch ein Motiv verfolge, dann gleicht der Bildstabilisator diese horizontalen Verwackelungen aus. Weil umgekehrt, die vertikalen Verwackelungen gleicht da aus, die horizontalen brauchen nicht ausgleichen, weil ich ziehe ja quasi mit. Also da funktioniert der Bildstabilisator auch ganz gut. Aber wenn ich jetzt mit langer Brennweite zum Beispiel irgendein Naturdetail irgendwo einen Vogel auf dem Baum fotografiere und der bewegt sich die ganze Zeit, dann bringt mir der ganze Bildstabilisator gar nichts, wenn ich eine relativ lange Verschlusszeit habe. Also, na, vielleicht müssen wir ein bisschen ausholen. Wenn ich mit einer sehr, sehr kurzen Verschlusszeit arbeite, also extrem kurz heißt eine Fünfhundertstel Sekunde, eine Tausendstel Sekunde, dann brauche ich fast keinen Bildstabilisator, weil die Verschlusszeit dann so kurz ist, dass ich auch mit langer Brennweite gut aus der Hand fotografieren kann. Wenn jetzt die Verschlusszeiten länger werden, also zum Beispiel eine Sechzigstel Sekunde, weil der Vogel, von dem ich gerade gesprochen habe, irgendwo im Baum sitzt und das ist Schatten, dann brauche ich eine längere Verschlusszeit. Und wenn ich dann aus der Hand fotografiere, diese längere Verschlusszeit, die würde man dann schon sehen. Also, wenn ich dann versuche, die Kamera ruhig zu halten, das funktioniert nicht bei einer längeren Verschlusszeit. Da kommt der Bildstabilisator ins Spiel und der gleicht dann meine Bewegungen der Hand, des Armes aus, auch bei einer längeren Verschlusszeit. Aber wenn dann die Verschlusszeit noch länger wird, dann hilft mir auch der ganze Bildstabilisator nichts mehr. Das nächste ist, wenn mein Motiv sich irgendwie bewegt und ich habe eine lange Verschlusszeit, also Verschlusszeit zum Beispiel eine Dreißigstel Sekunde und fotografiere ein Motiv, das sich bewegt, dann gibt es Bewegungsunschärfe, die aber jetzt nicht durchs Wackeln des Objektivs erzeugt wird, sondern weil sich das Motiv bewegt. Da bringt mir der ganze Bildstabilisator dann auch nichts. Also ich muss in einer Situation sein, in der die Verschlusszeit relativ kurz ist, sodass sich der Bildstabilisator noch ausgleichen kann und das Motiv mehr oder weniger statisch. Dann ist der Bildstabilisator ganz toll. Und wenn ich in dieser Situation nicht bin, also wenn ich eine lange Verschlusszeit habe, ein statisches Motiv, der Bildstabilisator mir nichts mehr bringt, weil es so finster ist, dann muss ich anders arbeiten, dann gibt es andere Möglichkeiten. Du hast jetzt ja allgemein über die Brennweiten und den Bildstabilisator gesprochen. Was macht denn die Fuji so besonders diesbezüglich? Also man muss dazu sagen, lange Brennweiten sind für bestimmte Fotogenres interessant, nämlich Naturfotografie, Actionfotografie, teilweise auch Landschaftsfotografie. Und gerade in diesen Bereichen ist die Fuji X-H1 eine tolle professionelle Kamera. Das liegt einerseits an diesem Bildstabilisator, über den wir schon gesprochen haben, der enorm gut ist, der teilweise vier Blendenstufen bringt. Das heißt, ich kann aus der Hand fotografieren bei Verschlusszeiten, die normalerweise nie und nimmer aus der Hand zu fotografieren sind. Das ist ein großer Vorteil dieser X-H1. Ein zweiter ist, man kann mit dieser Kamera bis zu einer Achttausendstel Sekunde fotografieren und das ist eine Zeit, eine Verschlusszeit, die natürlich auch bei einer extrem langen Brennweite leicht ausreicht, um scharfe Fotos hinzukriegen. Das nächste ist jetzt gerade im Bereich Action, Motorsport oder sowas. Da sieht man die Kamera auch wieder im Einsatz mit den entsprechenden Fuji-Objektiven, die sehr lichtstark, sehr schnell sind. Die reagieren irrsinnig schnell auf sich bewegende Motive, auch bei langen Brennweiten und in Kombination mit den kurzen Verschlusszeiten liefert die Kamera einfach sagenhafte Ergebnisse. Also auch bei langen Brennweiten ist man mit der X-H1 einfach auf einer guten Seite. Man kennt ja diese Sportfotografen in irgendwelchen Fußballstadien mit diesen Mordsobjektiven. Da kann die Fuji X-H1 absolut mithalten. Eine Sache ist noch, muss man auch sagen, wenn man mit langen Brennweiten fotografiert und die Verschlusszeiten wirklich dann zu lang werden, um sie aus der Hand zu halten, trotz hervorragendem Bildstabilisator, dann muss man halt mit der Empfindlichkeit hochgehen. Das ist ein weiterer Trick, um lange Brennweiten irgendwo aus der Hand oder auch vom Stativ aus zu fotografieren. Du hast irgendwann mal gesagt, je höher der ISO-Wert, desto größer das Rauschen. Ja, klar, je höher ich die Empfindlichkeit stelle, also den ISO-Wert irgendwo auf Werte jenseits 3200, das ist eben auch eine Stärke der Fuji, der X-H1, nicht nur der X-H1, auch anderen Kameras in diesem Preissegment bei Fuji. Der Sensor ist enorm, enorm gut. Also man muss wirklich sagen, selbst mit ISO 3200, selbst mit ISO 6400 kriege ich Bilder, die im Internet in jedem Fall zu zeigen sind. Also da rauscht es zwar schon ein wenig, aber kein Vergleich zu älteren Kameras, auch zu Kameras anderer Hersteller. Also das Bildrauschen, das Rauschverhalten von dieser Kamera ist sagenhaft. Das heißt, ich kann auch, wenn es denn sein muss, mal mit ISO 6400 oder was fotografieren, um eine lange Brennweite aus der Hand halten zu können. Also da fehlt sich auch nichts, wie der Bayer so sagt. Ist es sinnvoll, nur Fuji-Objektive einzusetzen oder eignen sich auch andere dafür? Es kommt drauf an. Also die Fuji-Objektive, die gehen bis maximal 400 Millimetern. Das sind dann die originären Fuji-Objektive, so wie das jetzt hier. Wenn man längere Brennweiten möchte, kann man auch zu Objektiven von Fremdherstellern, zum Beispiel von Sigma, greifen. Also ich persönlich habe zu Hause einen 150 bis 600 Millimeter Sigma-Objektiv. Das Problem bei diesen extrem langen Brennweiten von Sigma ist, dass die den Fuji-Anschluss nicht direkt unterstützen. Das heißt, ich kriege kein Objektiv von Sigma, das einfach so an den X-Anschluss der Fuji X-H1 passt. Also brauche ich einen Adapter. Das ist eine Möglichkeit. Eine andere fällt mir eigentlich nicht ein. Man kann alle möglichen Objektive, auch zum Beispiel die dicken Canon- oder Nikon-Objektive, an der Fuji anbringen, aber man braucht halt dann immer einen Adapter. Und der Adapter führt immer dazu, dass die Leistungsfähigkeit des Autofokus ein wenig reduziert wird. Also das ist ein technisches Problem. Es funktioniert zwar, auch mit meinem Sigma zu Hause funktioniert es. Das ist ein Sigma für einen Canon-Anschluss mit einem Adapter. Also ich habe praktisch ein Canon-Objektiv über Adapter an der Kamera. Das klappt, aber es ist jetzt keine Ideallösung. Aber so, naja, für die Vögel, die ich fotografiere oder ab und zu mal im Nationalpark ein Luchs, da reicht es dann aus schon. Eine Möglichkeit gibt es noch, die hatte ich vergessen. Für die Fuji-Objektive gibt es einen sogenannten Tele-Converter. Das ist ein kleiner Objektivring, der zwischen Kamera und Objektiv geschraubt wird. Der Converter verlängert die Brennweite dieses Objektivs um den Faktor 1,4 und es gibt auch einen, der die Brennweite um den Faktor 2 verlängert. Das heißt, ich habe also maximal 800 Millimeter an diesem Fuji-Objektiv mit der X-H1 zusammen und das sollte normalerweise für alles ausreichen. Damit kann ich Details auf dem Mond fotografieren, wenn es denn sein muss. Ja, danke Christian. Sehr gerne. Nutzt und entdeckt die vielseitigen Möglichkeiten eurer Kamera mit dem Buch zur Fuji X-H1. Den Link dazu findet ihr wie immer unten in der Beschreibung. Die praxisnahe Darstellung bietet euch das erforderliche Wissen für eure Kamera. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns bitte einen Daumen hoch hier und abonnieren nicht vergessen. Bis bald bei BILDNER TV. Bis bald. Tschüss. Tschüss.